Norddeutscher Rundfunk 2021 Der Hopfer ist nicht. Normalerweise riecht es hier immer nach Bier und nach Schweinsbraten. Aber irgendwas stinkt halt. Irgendwas. Das ist nicht gewesen. Aber... Irgendwas stinkt doch, oder? Oh! Hey! Scheiße. Polizei. Wer bist du? 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 I'm in der Hofbräufe festzelt, at the Munich Oktoberfest. Oh, mein, oh, mein. Are you the guy who was today on the Trachten und Schützenfest? Ja. How did you like it? It was super. Super. Were you here every year? Nein. Maybe every other year, for the last 10 years. But the Trachten und Schützenzug is the best display of the traditional Bavarian culture. Four years ago in 2014, I marched in the Zug. All right. And you drink our beer. Yes, it's our beer. It's not American beer. Is it better than New York beer? There's no beer better than Munich beer, and HB is the best Munich beer in the world. Now we've heard. Das bayerische Bier ist einfach das Beste, und das Münchner ist das Allerbeste. I'd say, I'm not a mess. Das schaut gut aus. Jungs! 1, 2, 3, super! Prost! Hey! Prost! 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 Vielen Dank.